Bürgermeister diese Woche, heute mal im Auto. Warum? Naja, es geht in dieser Woche um unsere Kindergärten in Stemmwede in Düsseldorf im zuständigen Ministerium. Da tagt heute der Beirat und der kümmert sich um die Rolle der Erzieherinnen und Erzieher, der kümmert sich um gute Finanzierung. Wir wollen auch sprechen, wie wir die Eltern bei den Kindergartenbeiträgen entlasten können. Also Themen, die für uns in Stemmwede total wichtig sind. Und da freue ich mich, unsere Belange auch einbringen zu können. Ja, und Ihnen wünsche ich noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.